Hallo und herzlich willkommen zum Blog traumaheilung.de. Ich bin Dami Schaaf und ich freue mich, dass du dabei bist. In dem Blog heute möchte ich gerne darüber sprechen, viele Menschen sagen mir oder schreiben, dass sie sich einfach so unverstanden fühlen mit ihrem Leid und mit dem, was sie erlebt haben, dass sie das Gefühl haben, sie können einfach nicht bei anderen Menschen damit landen und dass das einfach noch trennender wirkt, als man sowieso schon das Gefühl hat, dass man irgendwie komisch ist oder anders oder allen anderen geht es gut, nur mir nicht. Und das ist wirklich, wirklich schwer. Da ist auch tatsächlich etwas schwer dran. Und ich kann nur versuchen, dir die Dynamik darin ein bisschen zu erklären und ein bisschen näher zu bringen. Und letztlich, vielleicht, ja, ich fange erst mal an. Es gibt zwei Punkte darin. Das eine ist, worüber ich schon öfter mal gesprochen habe, ist, dass womöglich die Selbstoffenbarungen auch von dem, was man erlebt hat, einfach zu schnell sind. Man kennt die andere Person noch nicht wirklich gut genug. Und dann gibt es etwas, wo die andere Person nicht reagieren kann oder sich überfahren fühlt. Ja, das ist einfach, ich kenne dich noch kaum. Ich war zweimal mit dir Kaffee trinken und du erzählst mir die Vergewaltigung, die du erlebt hast. Dann kann ich damit intern nicht umgehen, weil das plötzlich, das ist wie, wir haben uns auf der Straße zweimal getroffen und auf einmal irgendwie springst du mir auf den Schoß. Da ist zu viel, zu schnell Überbrückung von Fremdheit, ein Aufbau von Vertrautheit, was nicht mit der anderen Person quasi abgestimmt ist. Und das geht einfach super oft schief. Das andere aber ist etwas, was gar nichts mit deinem Verhalten zu tun hat. So, sondern viele Menschen wissen einfach nicht, wie sie auf solche Dinge reagieren sollen. So, weil die wissen nicht, was sie machen sollen. So, und wie sollen sie darauf reagieren? Sollen sie sagen, das tut mir aber jetzt leid oder oh, wie schlimm? Also, die werden einer völligen Unsicherheit intern ausgesetzt und dann wissen sie nicht mehr, was sie machen sollen und dann reagieren viele, viele Menschen einfach nicht adäquat oder nicht empathisch. Und das sieht man ganz, ganz viel, auch wenn Menschen krank werden, auf einmal schwer krank werden, einen Krebs bekommen oder ein Kind verlieren oder wirklich, ja, wenn quasi etwas öffentlich wird, was schrecklich ist und alle wissen es und keiner redet drüber und kaum jemand reagiert und weil, als würde, und dann wird man plötzlich noch mehr zu so einem Alien komisch, also, wie als würde die Gesellschaft einen ausgrenzen. Und ich glaube tatsächlich, dass es da zum Teil auch ganz tiefe, tiefe Dynamiken tatsächlich drin gibt, ja, wo Menschen, als wäre es ansteckend, ja, wo Menschen damit nicht umgehen können, weil sie denken und hoffen, hoffentlich passiert mir das nie, ja, und wenn in dem Moment wollen viele damit einfach nichts zu tun haben, weil es das Tor aufmacht, oh, das könnte mir auch passieren, ja, ich könnte auch mein Kind verlieren oder meinen Partner oder ich könnte Krebs bekommen oder, oder und ganz viele Leute machen dann Abstand, gehen zurück und das ist leider einfach gesellschaftlich gesehen und auch von der Mitmenschlichkeit gesehen ziemlich grausam. Das, was schwierig für uns wirklich ist, ist quasi die Erwartung nicht zu haben oder nicht die Erwartung zu haben, dass jemand besonders empathisch ist oder besonders darauf eingeht. Wenn wir eine bestimmte Erwartung haben, dann ist das manchmal total sinnvoll, der anderen Person das mitzuteilen. Also, wenn ich sage, ich erzähle dir jetzt was, was mir ziemlich nahe ist und nahe geht und du musst wirklich, musst gar nicht darauf reagieren, du musst mich auch nicht trösten, aber es ist mir wichtig, dir das einfach mitzuteilen, weil ich dich mag und weil wir uns kennenlernen und weil es ein wichtiger Teil ist von mir, aber fühle dich bloß nicht in der Pflicht, irgendwie dich um mich zu kümmern, ja. Das ist eine Möglichkeit, quasi einen Raum zu schaffen, in dem etwas entstehen kann. Das heißt gar nicht, dass die andere Person dann nichts tun möchte oder womöglich gar nichts tut, aber in dem Moment, und das kennen wir alle, wo uns jemand komplett entbindet von einer Reaktion oder entbindet von Empathie, in dem Moment fällt es uns viel, viel leichter zu kommen und etwas zu tun. Aber diese Erwartung, die ist einfach sehr, sehr schwer, weil natürlich haben wir die alle an bestimmten Stellen, dass wir gerne, wir möchten, dass Menschen uns wahrnehmen oder unser Leid wahrnehmen oder anerkennen oder auf eine bestimmte Art freundlich sind und das funktioniert manchmal, dann haben wir Glück, aber es passiert eben auch öfter, dass es nicht funktioniert. Und das heißt nicht, dass die Menschen schlecht sind oder das, ja, sondern dass sie einfach damit nicht umgehen können. Und vielleicht könnten sie es in einem halben Jahr, vielleicht könnten sie es, wenn ihr darüber sprecht, was du erwartest und was du gerne möchtest. Ja, und das einfach als Anregung zu diesem, ja, schon auch belastenden Thema, wenn man das Gefühl hat irgendwie, ja, ich werde nicht gesehen in dem, was mir passiert ist oder immer, wenn ich es erzähle, renne ich gegen eine Wand des Schweigens so. Ja, soweit für heute und ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst bei YouTube oder wenn du auf meine Seite gehst, traumaheilung.de und da bekommst du eine ganze Videoserie gratis und auch das E-Book mit Trauma verstehen gratis. Und ja, ich würde mich freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss, Dami.